Und einen Anmachspruch, hast du dir mal vielleicht auf Lager? Ne, gibt es nicht. Du musst mit den Augen anmachen, dann funktioniert das schon. Weil meistens da, wo wir sind, weißt du selber, ihr seid laut, da ist nicht viel mit Anmachsprüchen. Da muss alles mit den Blicken passieren. Aber passiert bei mir jetzt seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Ich bin da vergeben. Hast du denn Erfahrungen damit, wenn man bei irgendwelchen großen Terminen ist, da kennen dich ja alle. Da haben viele Frauen ja eigentlich Angst, sich anzusprechen. Hast du vielleicht irgendwas Lockeres auf Lager, damit die Frauen so eine Wohnzimmeratmosphäre bekommen? Ich denke mal, dass die Frauen sich einfach denken sollten, dass die Leute, die auf dem roten Teppich stehen, genauso sind wie die Leute, die hinter dem roten Teppich stehen im Prinzip. Und das einfach nur unser Job ist. Also im Prinzip war ich vor fünf Jahren noch Betreuer, Demenzkranker und Sterbebegleiter. Und jetzt stehe ich hier und singe halt Schlager. Also ich glaube, wenn man sich da mal so in den Sinn zurückruft, dann kann man auch ganz locker auf die Leute zugehen. Also Fazit, alle Menschen sind gleich? Alle Menschen sind gleich, klar, logisch. Also bei mir kommt jetzt kein Gold hinten raus oder was. Okay, vielen Dank. Ja, bitteschön.